Willkommen im Club. Im Club der Unrasierten, Langhauten oder auch nicht. Es geht um etwas, was dich hoffentlich nicht direkt betrifft. Das wäre sonst sehr traurig, aber ich würde dich erst recht bitten, kurz mal zuzuhören, damit du etwas mehr Verständnis hast für die Leute, die es betrifft. Dazu gehöre auch ich, aber ich stehe drüber. Für mich brauchst du kein Verständnis haben, da kannst du nur sagen, klubbst, fertig. Aber für alle anderen, bei denen du so seltsame Beobachtungen machst, wäre es vielleicht ganz gut, wenn du eventuelle Hintergründe kennen würdest. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war auf einer Seite, die heißt gutefrage, www.gutefrage.de. Das sind alle möglichen Experten für, was weiß ich, Gartenzwergkunde oder Astrologie. Und da war ein Typ ein Tischtennisspieler. Und ich habe mich schon gewundert, da waren einige Tischtennisspieler, wo ich gesagt hätte, geht halt auf mein Tischtennis. Da steht es doch. Aber die Geschichte, da ist klar, der hatte recht. Weil erstens, auf so einer Seite kann man sich ein bisschen einfacher outen, als wenn man da unter 600.000 Tischtennisspielern in myTischtennis seine Seele bloßlegt. Zur öffentlichen Begutachtung für alle. Da ist ja nicht jeder so drauf wie ich, der sagt scheißegal, kann jeder wissen. Und der hat also auf dieser Seite, gute Frage, sein Problem geschildert in der Hoffnung, dass dann irgendeiner dieser Besucher von dieser Seite dazu was weiß. Worum ging es bei ihm? Er hat festgestellt, dass von heute auf morgen sein Vorhandtopf nicht mehr funktioniert hat. Also eine ganz bestimmte Bewegung, die er bisher einigermaßen konnte. Da war so ein komisches Zucken. Nun weiß ich nicht ganz genau, ob der das gleiche Problem hat wie ich. Aber ich würde gerne mal meines schildern. Wie hat sich das geäußert? Also beginnt.